Ruh! Saugnapp-Schuhe! Jemand verfolgt, Ryder. Ein klarer Fall für Chase. Ruh! Ruh! Sicherungsleine! Oh! Oh! Ah! Ah! Ich hab den Geist erwischt! Was? Ein Geist? Ah! Ein Geist? Wirklich? Nein, Fellfreunde. Ich bin es. Ryder. Oh nein! Der Geist hat Ryder. Nein, Rubble. Nicht der Geist hat mich erwischt, sondern die Falle. Tut mir leid, Ryder. Es sah aus, als würde dich jemand verfolgen. Ah, das war ich. Das macht doch nichts. Ihr seid meine guten Geister. Wir sollten lieber wieder aufpassen. Hört ihr das? Das ist das Fellfreund-Boogie-Monster. Dann sehe ich wohl besser meinen Namen. Das war der Geist. Das ist wirklich sehr mysteriös. Ich brauche alle Pfoten an Deck. Sky, Zuma, Marshall, wir treffen uns im Garten. Entschuldigt, dass ich euch wieder aufwecken musste, Fellfreunde. Aber ihr müsst alle... Hey, wo ist Marshall? Hat der Geist ihn geschnappt? Ja, wahrscheinlich schläft er immer noch. Sehen wir in seiner Hundehütte nach. Ryder! Da! Der Geist! Das ist kein Geist! Das ist Marshall! Hallo! Erde an Marshall! Wo will er denn hin? Fellfreunde, es sieht ganz so aus, als würde Marshall schlafwandeln. Beziehungsweise schlafskateboarden. Das ist gefährlich. Chase, hinterher! Wenn er wach ist, kann er das nicht so gut. Marshall! Ich bin's, Ryder, wach auf! Chase, die Sicherungsleine! Gute Idee! Sicherungsleine! Ich hab ihn! Wieder verloren! Zuma, ich brauch dich unten am Hafen. Keine Sorge, ich bin schon da! Wow! Tolles Manöver! Oh-oh! Na, der Traum war ja lustig. Ich wollte gerade... ...auf einem Wald surfen! Zu Hilfe! Oh-oh! Nicht runterfallen, Kumpel! Juhu! Rettungsring! Keine Angst, Marshall! Du bist wieder in Sicherheit! Und wach bist du auch! Äh, alles klar. Danke, Zuma! Nichts passiert! Ryder? Chase? Was ist denn los? Wir wissen jetzt, wer das Fellfreund-Boogie-Monster ist. Wer denn? Du! Du bist schlafgewandelt, Marshall! Schlafgewandelt? Kein Wunder, dass meine Beine morgens immer so müde sind! Keine Sorge, Marshall! Selbst wenn ein Paw Patrol Fellfreund uns braucht, gibt er einfach... ...schlafen von sich! Nur laut! Also, ihr braven Fellfreunde, ab ins Körbchen mit euch und nicht schlafwandeln! Hat Rubble schon wieder einen Geist gefunden? Das ist ein Geist! Oder Rubble, der in der Geisterfalle sitzt? Es ist ein doppelter Lieberwurst-Keks! Lecker!